Juh! Mich würde mal interessieren wie Jakob und er aussehen. Haha, das ist jetzt die Frage. Jakob sieht einfach aus wie Gott aus dem Gesicht geschnitten. Haha! Komplett übertrieben! Juh! Juh! Ja! Was geht? Guck mal, ich bin auf Klassenfahrt. Oh! Wer wollte das wissen, ne? Hallo! Lich doch auf, du Bastard, ehrlich. Adel, du legst jetzt auf. Weil ich das sag... Was war das? Was war das? Was war das? Oh! Wie heißt Yoda Baby nochmal in echt? Ich kenn den nicht. Oh, na, na. Yoda? Vielleicht heißt Yoda Baby echt einfach Yoda? Oh, na, na. Er ist... Was kennst du denn? Ich hab Mandala... Grogu heißt er, hab ich nachgeschaut grad. Ich kenn den Prima. Der hieß früher Grogu, ja? Hä, warte mal, woher? Woher weißt du das? Hm? Woher weißt du das? Also ja, das ist richtig, was er sagt, aber wer weißt du das? Ich hab Grogu grade nachgeschaut, aber es ist mir nicht angefallen. Prinzipiell hab ich die Mandalorian gesehen als Serie. Ich hab das noch nie gesehen. Ach so, er redet nicht hier von dem, äh, Discord-Typen. Er redet von dem Original. Ja. Ja. Weil dieses Yoda Baby, das hieß auch Grogu mal. Und dann hat es sich umbenannt zu das Yoda. Deswegen war ich grad total perplex. Hä? Woher? Welches Yoda Baby? Hat jemand das als Profilbild? Das ist hier, das ist jemand hier auf dem Discord. Vielleicht jetzt einfach ganz leise raus. Wir kriegen das schon mit. Naah. Doch, doch. Wenn ich mitten im Satz einfach gehe, kriegt das irgendwie... Streams-to-Farm-Ex-Simulator oder was? Was wo? Bei deinem 2-Twitcher-Con. Du, du, du willst ihn wo jetzt finden oder was? Vielleicht. Ich sag gar nichts. Ich sag überhaupt nichts. Haha. Zu dieser Aussage gebe ich keine Äußerung. Okay. Warum willst du den finden? Einfach so? Von mir aus kannst du auch meinen ersten YouTube-Kanal suchen. Okay. Irgendwann später. Magst du, ist er da? Du Ficker, wie hast du den gefunden? Wie? Oh, ich weiß nicht, du... Jakob, wir sind doch Freunde. Wir sind doch Freunde, oder? Warte, warte. Copy, ich schick das in den Chat und... Jakob, wie viel Geld willst du haben? Ja. Eigentlich wär'n Neumann U87 ein cooles Mikrofon. Neumann U87 AI! Und jetzt mit einem... Klein bis alt. Oh. Ich hab... Das ist richtig schön aufgeregt. Was tun Sie das denn? Verfickten die Klautschen! Hm. Digga, weißt du... Digga, weißt du... So... So schwarze Menschen, die sehen auch mit 80 noch gut aus. Ja. Während so... Während so alte... Ja, auch... Man merkt gar nicht, wenn die tot sind. Die sind einfach... Die werden nicht komplett weiß. Die sind... Die bleiben einfach schwarz. Oder... Oder... Ja. Okay, ja. Ich muss vielleicht erst mal das Bild angucken, bevor ich den Chat sende. Ja, dass da noch irgendwelche... Inhalte drauf sind. Warte, Pimmel? Auch. Uh. Darf ich zeigen? Oder... Nein, darf ich sehen? Ja, wird so vorn, wie wenn er sich der Unterhose mit der Beißhanger anzieht. Ah! Also, was soll das? Ah! Oha! Ich will meinen Partner für ein Geschenk zur Taufe machen. Ideen wären Bobbycar mit Eisenrädern, Plüschstücke gefüllt mit Beton, 3 Kilo gehacktes oder ein Gutschein für die Schießbude am Rummel. Ja, ist jetzt 6 Monate alt. Die Scheißbude? Joa! Jajajajjaja Jajajjaja Also, überlacht gerade. Das ist so ein allerster Song. Das ist so noch besser! Jajajajjaja Ohhhh.. Benjamin, du schwuler Elefant. Bist Nazi und bist du immer gekannt? ARD! Das ist so ein Vorspann. Benjamin! Oder Elefant! Bist Nazi und bist überall gekannt? Die Dampflok fährt schon wieder vorbei. Die sind heute schon gefühlt zehnmal vorbeigefahren. Was für ne Dampflok! Was bitte für ne Dampflok? Die tut immer bei Sinti draußen im Kreisverkehr in Kreiseform. Direkt hinter meinem Haus vorbei. Warum ist da ne Dampflok? Ist das ein Eisenbahnmuseum oder warum? Das ist halt so ne Touristenattraktion so ein bisschen. Damit kann man auch fahren und so. Ach was? Hätte ich jetzt von ner Dampflok nicht erwartet. Und die halten die auch manchmal an. Die fahren halt direkt hinter meinem Haus. Wie der Kerl, der bei uns an der Bahn oben wohnt. Kennste ne? Ja kommt oben der, der direkt an der Bahnschiene wohnt. Aber da kommen, bei der Bahnschiene kommt keine Dampflok vorbei. Doch da kommen auch Dampfloks vorbei. Echt? Natürlich. Nicht so oft wie bei Sinti, aber kommen immer mal welche. War das grad Sinti oder die Dampflok? Die Dampflok. Sinti muss Dampf ablassen. Irgendwo was ist das denn? Das ist ein Sound-Board ohne Sound-Generator. Ist dir langweilig? Einfach Finger in den Hals. Okay, weißt du, ich mach's kurz. So, ich hab jetzt extra für euch, oder? MULUH! 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 Ob ist es like, dass du schön am Playern hast? MULUH! Ohne Grund. vor allem dass sie glauben diese geschichte ist wahr tut mir leid ich muss mich jetzt dafür bestraft